Am Montagabend wurde in der österreichischen Hauptstadt Wien ein Terroranschlag verübt. Die ersten Schüsse fielen gegen 20 Uhr nahe der Hauptsynagoge in einem Wiener Ausgehviertel. Die Polizei erschoss noch in der Nacht einen Täter. Bislang ist unklar, ob weitere Täter an dem Anschlag beteiligt waren. Insgesamt wurden mindestens vier Passanten getötet. Weit mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt. Laut der Polizei gab es sechs verschiedene Tatorte, darunter die Seidenstädtengasse, den Morzinplatz, den Fleischmarkt und den Bauernmarkt. Der Anschlag geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der ausgeforschte Täter war mit einem Sprengstoffgürtel, der sich als Atrabe herausgestellt hat, und mit einem Sturmgewehr schwer bewaffnet. Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormilizies. Nach dem Anschlag wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Mehrere Personen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu dem Terrorangriff in Wien dauern aktuell noch an.